Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, ja damit begrüße ich mich eigentlich schon fast selber, denn ja ich bin endlich wieder da, ich kann wieder Videos machen, aufnehmen, produzieren, rendern, hau mich tot, schlach mich, schlachsahne, ja, schlachsahne und ja, es ist soweit. Wir, ich will hier gleich mal schauen, ob das überhaupt da ist, ansonsten kann ich das gleich mal bearbeiten und zwar haben wir hier eine neue Playlist, habe ich heute erst hinzugefügt, 24 Zeichen, Legable Listen zu hinzufügen werden, ja, das da, hinzufügen, genau, wunderbar, denn mittlerweile sind wir schon bei einer zweiten Staffel, seit der heutigen, seit dem heutigen Video und ja, du bist mal still hier, beziehungsweise so, und ja, ich bin wieder da, es freut mich unglaublich, dass wir die drei Wochen, ohne dass eigentlich ein Video kam, ähm, dennoch, äh, ihr mir sehr, so sehr treu geblieben seid, im Gegenteil, ihr seid mir sogar noch, äh, ja, mehr geworden, denn wenn man vielleicht mal hier so das alte Video anschaut, ähm, das war irgendwo da mal so, ja, ne, das läuft ja super hier, so war das absolut nicht geplant, dann machen wir es halt anders, dann nehmen wir mal das da, ja, ich habe die Möglichkeiten dazu, wenn man mal dieses Video anschaut, das ich vor drei Wochen gemacht habe, sieht man ganz deutlich hier schon, jetzt, vielleicht ihr nicht, doch, ihr seht es noch, 385 Abonnenten, und mittlerweile bin ich bei 392 Abonnenten, und das ohne, dass ich ein Video hochgeladen habe, und, ähm, ja, das freut mich wirklich sehr, ich danke euch dafür, ähm, jetzt ist es natürlich an mir, liegt es natürlich an mir, dass das auch, äh, weiterhin so bleibt, oder sogar auch verbessert, ähm, ich habe ja gesagt, Videos kommen jetzt wieder, ähm, für dieses erste Lehrjahr bin ich mit der Schule jetzt endlich fertig, also mindestens bis September können sie mich am Arsch lecken, ähm, ich glaube, auf alle Fälle muss ich drei Wochen vor Weihnachten, ähm, wieder, ähm, ziemlich sicher schon, genaueres werde ich aber euch, wie gesagt, immer in einem Video zeigen, jetzt geht es erstmal wieder ganz normal zu den Videos, die jetzt im Laufe anstehen, für morgen habe ich gleich ein kleines Spezial, das wird wahrscheinlich das, ähm, Video mit der schlechtesten Qualität ever werden, was ich euch jemals zeigen werde, denn, ähm, ich sage es gleich, es ist ein, im Prinzip ein Handy-Upload, also ich habe es mit dem Handy gefilmt, ähm, und das sieht so, auf, so richtig gestreckt sieht es richtig geil aus, also man sieht richtig viel, ja, ne, auf alle Fälle, ähm, wenn ihr es euch nicht antun wollt, schaltet gleich weg, nur es ist ein kleines Spezial, und, ja, mal schauen, vielleicht werde ich das Ganze auch nochmal in besserer Qualität liefern können, bis jetzt ist ja leider nicht möglich, und, ja, am Montag, wie gesagt, geht es ganz normal wieder weiter mit dem Minecraft Let's Play, ähm, folgen habe ich jetzt auch schon wieder ein paar, sind, waren gerade eben beim Rendern, und, ja, Most Wanted kommt natürlich auch, das werde ich jetzt dann am Abend oder Nachmittag noch aufnehmen, und, ja, dann denke ich, eigentlich haben wir es wieder für diese Zeit, für diesen kleinen, und, dann sehen wir uns hoffentlich morgen beim Spezial, und ansonsten am Montag wieder, würde ich sagen, genau, bis dahin, euer Odenkrebscreme, sagt tschausen, hauerein Leute, servus.